Also sowohl die Energien um die Erde herum, als auch die Energien in der Erde werden immer stärker. Und das geht ja auch genau parallel zu unserer spirituellen Evolution. So wie meine geistigen Führer das sehen, sind ja wir Menschen nichts anderes als eine Verlängerung der Erde. Unsere Körper bestehen ja aus Erdenergie. Das heißt, mit anderen Worten, was in dir abläuft, läuft in der Erde ab. Und was in der Erde abläuft, läuft auch in dir ab. Ich begrüße dich ganz recht herzlich hier beim Channeling Kongress und dem Channeling Portal. Schön, dass du eingeschaltet hast und dich für diese Sendung interessierst. Wir sind jetzt im März diesen Jahres gelandet und es ist ja das Kraftjahr 2024. Und wir wollen jetzt natürlich schauen, was für Kräfte tauchen hier auf? Wie wirken sie? Wie können wir sie vielleicht selber nutzen? Denn viele sind vielleicht gar nicht so in ihrer Kraft. Und zu diesem Thema freue ich mich ganz besonders, Cecilia Zephontes begrüßen zu dürfen. Liebe Cecilia, schön, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Thank you for having me. It's a pleasure. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ist mir wirklich eine Freude. Ja, danke. Ich kann das nur zurückgeben. Und auch an dich, lieber Alexander. Alexander Leitner begrüße ich hier als unseren Simultan-Dolmetscher sozusagen. Wir haben schon so wunderbare Sendungen auch zu dritt machen dürfen. Interviews, Gespräche, Livestreams. Und immer hast du die besondere Gabe, diese Energien zwischen den Worten mit zu übersetzen und weiterzuleiten. Lieben Dank, dass auch du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst, Alexander. Ja, sehr gerne natürlich. Cecilia, ja, du bist Medium seit vielen, vielen Jahren im Kontakt mit den Sternenvölkern, mit den Aktorianern insbesondere natürlich. Und wir haben schon viele sehr schöne Gespräche führen dürfen. Jetzt sind diese Dynamiken sehr stark, immer stärker geworden. Viele halten es schon gar nicht mehr für möglich, dass da noch eine Steigerung drin war. Aber in der Tat, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, die Beschleunigung nimmt zu. Wie würdest du die aktuellen Energien für dich beschreiben? Well, it's really an interesting time. Let's start with that. Also wir können mal damit anfangen und das ganz deutlich so sagen, dass es eine sehr interessante Zeit ist. We have two main influences currently. Im Augenblick unterliegen wir zwei Haupteinflüssen. Last year, 2023, the main influence was balance. Der Haupteinfluss des vergangenen Jahres war Balance. Which meant that we received a lot of energies that could help us to move into balance. Was nichts anderes bedeutet, als dass wir sehr viele Energien empfangen haben, die uns dabei behilflich sind, uns in mehr Balance zu bewegen. Und gleichzeitig bedeutet das, dass wir in unserem Leben genau durch all jene Dinge dann herausgefordert werden, die noch nicht in der Balance sind. Und meine Guides meinten nur dazu, also es wäre schon gut, wenn du dich ordentlich mit Balance vorbereitest, weil dann im kommenden Jahr, also heuer 2024, dabei handelt es sich um das Jahr der Kraft. Das heißt, all die Energien, die hereinkommen, vor allem auch die kristallinen Energien, werden also, und das können wir uns erwarten, während des ganzen Jahres zunehmen. Und wenn wir da schon im Balance sind, dann ist ja alles in Ordnung. Jetzt, wenn dem aber noch nicht so ist, dann werden wir da sicher wiederum die Gelegenheit haben, uns all die Dinge anzuschauen, die uns auf dies oder bezüglich dieses Themas der Balance herausfordern können. Also ganz im Allgemeinen wird die spirituelle Kraft sich auf der Welt erhöhen. Ich denke, was wir uns erwarten können, ist, dass sehr viele neue Menschen spirituelles Interesse finden, dass sie sich in ihrer eigenen Kraft bewegen möchten. Und ich denke, es ist auch gut, dass man sich darauf vorbereitet, dass die Welt uns in auch bisher nie dagewesener Weise Machtkämpfe zeigen wird. So dass wir als Lichtarbeiter und Lichtarbeiterinnen eben eine balancierte Kraft in die Welt hinaus senden. Und daher ist es so wichtig wie noch nie zuvor, dass wir in uns schon ausbalanciert sind, dass wir neutrale, balancierte Kraft nach außen senden. Dass wir es also vermeiden, die Energien, die hier reinkommen, derartigen Machtkämpfen auch noch hinzuzufügen, weil von dem brauchen wir in der Welt definitiv nicht mehr. Jetzt sagtest du, dass das letzte Jahr die Aufforderung war, eben mehr im Balance zu kommen. Ich glaube, viele, die hier zuschauen, jetzt arbeiten schon viele Jahre an sich, um selber in diese Balance zu kommen, Themen aufzuarbeiten, anzusehen. Und trotzdessen haben gerade die Lichtarbeiter in der heutigen Zeit ja wirklich viele Dinge, die wieder hochgekommen sind, wo man auch dachte, man hätte sie schon gelöst. Ist das ein gutes oder eher ein schlechtes Zeichen aus deiner Sicht? Nun, es zeigt einfach, dass es noch mehr Dinge gibt, deren wir uns annehmen können. Aber der Grund dafür ist eben, dass die Energien in zunehmender Weise kraftvoll werden. Also wenn man jetzt einmal die Zeit ansieht vor 10, 15 Jahren. Dann konnte man sehen, okay, da gibt es vielleicht ein Thema, das funktioniert in meinem Leben noch nicht so gut. Du hast dir das angesehen, du hast es durchgearbeitet. Und du hast dich dann weiter bewegt, zum Beispiel, indem du Licht auch in die Zukunft schickst und so weiter. Aber jetzt, da die Energien sowohl schneller als auch kraftvoll hereinkommen, haben wir das Gefühl, oder zumindest erscheint es uns, dass wir nicht die Zeit haben, uns dem allen anzunehmen. Und da gibt es jetzt eigentlich gar nichts Neues dran, sondern nur das, was wir ohne dies schon gelernt haben, auch zu leben und das einfach nur schneller umzusetzen. Und es ist ja auch eine Zeit der Veränderung. Wenn du also auf Veränderung eingestellt bist und sie dann akzeptieren kannst, wenn sie kommt, denke ich, ist das die allereinfachste Annäherung. Und manchmal ist es ja auch so, wenn in dir Sachen zur Oberfläche kommen, hat das eventuell mit dir gar nichts zu tun, sondern du heilst dann die Dinge auch für das Kollektiv. Und das wird dir deshalb gesandt, weil du der Experte oder die Expertin bist. Du hast es schon durchgearbeitet und weißt, wie das geht. Und wenn du also ein Engel wärst oder ein geistiger Führer und du schaust auf die Erde und bemerkst, ah, er oder sie, der hat das schon durchgearbeitet. Experte, dem schicken wir doch gleich noch mehr, weil da wäre noch etwas auf der Erde zum durcharbeiten. Und das Wichtige ist, sich dann daran nicht aufzuhängen und zu schauen, naja, okay, ist das jetzt mein Thema oder woher kommt das? Ist das von jemand anderem? Sondern einfach zu sehen, aha, da ist es und sich dann durch das Sinn durchzubewegen und zu transformieren. Ja, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist ja hoffnungsvoll letztendlich. Man bekommt auch immer die Aufgaben, sagt man ja, die man bewältigen kann. Von daher also eher ein gutes Zeichen. Und das passt zu dem, was ich auch wahrnehme. Jetzt sprechen wir ja eben von der Kraft, die jetzt auf diese Erde hier wirkt. Das sind ja kosmische Energien. Vielleicht kannst du uns nochmal sagen, wie du das wahrnimmst. Wo kommen die her? Und ja, wie entwickeln die sich auch im Laufe der Monate? Du sagtest schon, die werden immer heftiger. Das kann man sich ja kaum noch vorstellen. Also manch einer ist jetzt schon eigentlich so, dass du sagst, mach mal wieder langsamer. Also mich nicht ausgeschoben. Ja, ja, doch. Es wird sich in der Stärke erhöhen und es ist besser, darauf vorbereitet zu sein. Also die meisten von Leuten, die ein spirituelles Interesse haben, haben ja mit ihrem Licht gearbeitet, mit kristallinen Zentren in ihrem Lichtkörper zum Beispiel und was da sonst noch zu finden ist. Und das bedeutet, dass wir eine enorme Lichtstruktur rund um uns haben. Was ja nichts anderes bedeutet, dass wir von einer riesigen Lichtstruktur umgeben sind. Und dann ist es wieder so, wenn jemand aus den höheren Dimensionen eine derartige Lichtstruktur sieht, dann würden sie sagen, wow, da haben wir einen Empfänger für Licht. Das heißt, spirituell Interessierte und sogenannte Lichtarbeiter empfangen also mehr Licht und Energie als die sogenannten normalen Leute. Weil wir dafür die stärken Rezeptoren tragen. Und jetzt kommt es eben. Dadurch, dass wir mehr davon empfangen, bauen wir noch mehr Stärke auf. Also kann noch mehr geschickt werden. Und dadurch werden wir wieder stärker, worauf man uns wieder mehr schicken kann. Und auf die Weise geht diese Erhöhung vonstatten. Und die Hauptqualität, die im Augenblick zur Erde strömt, sind eben kristalline Energien aus kristallinen Dimensionen. Was zum Beispiel auch beinhaltet, dass gerade Heilenergien in ihrer Kraft zunehmen werden. Da alle Heilenergien in ihrer Natur noch kristallin sind. Ich weiß nicht, ob Sie etwas mehr gefragt haben, das ich vermisst. Nein. Perfekt, perfekt. Also da war alles für mich zumindest drin. Und was mich auch zur nächsten Frage führt, nun kommen diese Energien. Und dieser Kreislauf ist ja eher ein positiver. Je mehr Energie ich aufbaue, desto mehr kann ich eben auch wieder transformieren. Und trotzdem gibt es ja viele, viele Menschen, und ich selber erlebe das auch, dass ich dann eigentlich zwischendurch so müde bin und sage, boah, ich brauche jetzt mal eine Pause. Also da sind diese starken Energien. Ich merke aber auch, dass ich oftmals vom Organismus her oder auch vom Geist her Ruhepausen brauche, um zu regenerieren. Ist das normal oder ist das eher, also wie würdest du das beschreiben, wie man das einzusortieren hat? Ja, weil kristalline Energien so transformiert sind in deinem Körper und in deinen Energien, natürlich wird man sich schlafen. Das ist ja ganz klar. Diese destellinen Energien sind ja sowohl in deinem physischen Körper als auch in deinen Energiekörpern enorm transformativ. Und das kann müde machen. Also es ist sehr wichtig, dem Körper zuzuhören. Oft werden wir im Körper müde, weil wir zu still sitzen. Der Körper ist dir für Bewegung gemacht. Und so, one of my guides, Alcazar, he often says that, if you feel very tired, start by dancing like crazy and then see if you are still tired or if you feel upbeat again. Und einer meiner Hauptguides, Alcazar mit Namen, meint immer, also wenn du schon müde bist, dann zappelst du einen ab, wie nur geht, also tanzt wie wild. Und dann schaust du mal, ob du immer noch müde bist oder ob dir das jetzt mehr Energie gebracht hat. Und wir interpretieren da manchmal die Signale des Körpers falsch. Wir denken uns, ach, das wäre jetzt schon toll, wenn ich mich hinlege. Und in Wirklichkeit würde es uns mehr Energien bringen, wenn wir uns tatsächlich bewegen. Aber es ist grundsätzlich immer dasselbe. Es geht darum, dass du auf dich hörst und deinem Körper zuhörst und dem dann auch Folge leistet. Ja, sehr gut. Und ich kann das nur bestätigen, ich muss dem auch schon schmunzeln, weil Bewegung ist so ein Schlüssel, um aus dieser Situation rauszukommen. Und ganz besonders für mich und für Antje immer wieder, wenn wir in der Natur sind. Welche Rolle spielt für dich gerade in der heutigen Zeit mit dieser Energieerhöhung auch die Natur und die Rückbindung des Menschen, der ja, ja, die meisten Menschen leben letztendlich ja in der Stadtumgebung. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht die Natur? I think nature is tremendously important. The more you work with light and energies, the more important nature is. Also ich denke, Natur ganz im Allgemeinen ist enorm wichtig. Und je mehr du mit Licht und Energien arbeitest, wird sie noch wichtiger. I personally, I live on the countryside. So for me, I have it every day. It's super good. Persönlich lebe ich ja auf dem Land. Also für mich ist das mein Alltag, meine Umgebung. Also das ist perfekt. Und natürlich befindet man sich in einer Stadt, ja, dann hast du all die elektrischen Felder, du hast die Gedanken von allen Leuten, die da kreuz und quer fließen und was da sonst noch so rumfliegt im Äther sozusagen. Und natürlich ist das ermüdend. Yeah, so I think nature is so important to go out, just sit down by a tree, hug a tree or whatever and just nourish. Also ich finde Natur enorm wichtig. Und ob du jetzt in die Natur rausgehst, dich unter einen Baum setzt oder einen Baum umarmst und dich näherst, es ist einfach wirklich wichtig. Ja, schön. Das finde ich ganz genauso. Und ja, sich auch abzukoppeln immer mehr auch von eben Informationsquellen, die so uns sehr schnell ja überfluten letztendlich. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht eben gerade jetzt, sich auch für diese Energien zu öffnen? Also ich kann ja sagen, einerseits, selbst wenn ich schon lange Jahre in diesem Bereich spirituell interessiert und auch als Lichtarbeiter unterwegs bin, boah, es ist mir jetzt zu viel, ich will jetzt mal eine Ruhe haben und ich sage mal, ich nehme den Kopf unter die Decke, ja. Oder ist es jetzt besser, noch mehr eben vielleicht öfter in Meditation zu gehen, sein Herz zu öffnen? Was würdest du empfehlen? In welche Richtung können wir das jetzt noch mehr unterstützen? I'm not sure that there is a general advice. Ich weiß nicht, ob man da wirklich einen allgemeinen Ratschlag geben kann. For me, I sometimes have it up to here with energies. Manchmal stehen auch mir die Energien bis oben hin. And I just want to act like a normal human, meet people, hang around, you know, don't think about energies. Und dann möchte ich mich wie eine ganz normale Person benehmen, so ein bisschen mich mit Leuten umgeben und in keiner Weise an Energien denken. And then, at other times, I feel that a meditation is the best way for me to reconnect and feel harmonious. Und zu anderen Zeiten spüre ich auch, dass gerade eine Meditation das Beste ist für mich in dem Augenblick, mich wieder neu zu verbinden, auch mit den Energien. But I think it's important to remember that we are here, we are humans. Aber es ist ja auch wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir hier sind, um Menschen zu sein. Clearly strongly connected to our souls and so on. Natürlich auch stark mit unseren Seelen verbunden und so weiter. But we need other humans, we need interaction. Aber wir brauchen auch andere Leute, wir brauchen diese Interaktion. And we are here to change society from within, not like living like hermits. Und wir sind ja auch hier, um die Gesellschaft von innen her zu verändern, nicht dadurch, dass wir wie Einsiedler leben. Und dann kann man auf diese Weise auch als Beispiel leben. Und dann wiederum, denke ich, ist es einfach wichtig, dass du auf dich hörst, was da im Augenblick für dich gerade ansteht, ob das jetzt eine Meditation ist oder dass du dich eventuell auch unter Leute begibst. And you really need not worry, because the energies will still be there. Und du brauchst da auch keine Sorgen machen, die Energien werden immer noch da sein. You won't miss them, because your guides will send them to you. Die kannst du gar nicht verpassen, weil deine geistigen Führer sie dir senden werden. Du sagtest vorhin noch ein paar Worte auch zum Lichtkörper. Also wir haben ja schon seit vielen, vielen Jahren auch über diesen Lichtkörperprozess gehört und viele daran auch gearbeitet. Letztendlich gehe ich auch davon aus, dass jeder letztendlich daran gearbeitet hat, weil das ja eine Vorbereitung war. Würdest du sagen, dass auch jetzt in diesen Energien hier nochmal eine Beschleunigung und vielleicht auch eine gewisse Vollendung des Lichtkörperprozesses stattfindet? Also innerhalb der Lichtkörperweiterentwicklung, also der Lichtkörperevolution, gibt es sehr viel, was da abläuft. Wir glauben ja gerne, auch in diesen Zusammenhängen, dass spirituelle Entwicklung eine Art Endziel hätte. Meine geistigen Führer sagen, naja, also ihr lebt ja in Abermillionen an Dimensionen, nicht nur zwölf. Selbst die Seelen entwickeln sich weiter, auch die Quelle selber entwickelt sich weiter. Das heißt, wenn es um den Lichtkörper geht, ja auch der wird sich weiterhin weiterentwickeln. Nur um es für jeden nochmal kurz darzustellen oder zu verdeutlichen, der Lichtkörper ist also nichts anderes als das Zuhause der Seele hier auf der Erde. Da deine Seele ein derart kraftvolles Lichtwesen ist, und deine Seele sich dann in deinen physischen Körper bewegen würde, naja, dann würdest du höchstwahrscheinlich in Ohnmacht fallen. Und das ist dann noch der beste Fall. Oder dein Körper könnte auch einfach mal so verschwinden. Und daher ist der Lichtkörper für uns in vielerlei Hinsicht sehr hilfreich. Und dieser Lichtkörper stellt dann eben eine sehr viel größere Lichtstruktur zur Verfügung, in der die Seele hier auf der Erde dann präsent sein kann. Und der wird sich weiterentwickeln, bis alle in der Lage sind, deine Seele zu sehen. Also ich würde jetzt mal das so sagen, da ist noch ein bisschen Stück am Weg übrig. Das heißt, die Menschen der Zukunft werden anders aussehen. Ja, wir werden einen physischen Körper haben, aber weniger dicht. Der Lichtkörper wird dann auch sehr sichtbar sein, und die Seele wird darin leben. Das heißt, im Augenblick geht es in der Entwicklung des Lichtkörpers darum, diese verwobene multidimensionale Wirklichkeit integrieren zu können. In der ja auch deine Seele lebt. Er entwickelt sich auch in der Weise weiter, dass er lebendig wird. Also einige von uns, die eben dieses speziale Interesse haben, sich wirklich vertieft mit Energien und Licht auseinanderzusetzen, arbeiten da ganz spezifisch auch daran, den Lichtkörper lebendig zu machen. So that a light body in itself can begin to connect with other light structures on the earth and enhance them, communicate with them, communicate with others and so on. Und dann ist der Lichtkörper selbstständig schon dazu in der Lage, sich mit anderen Lichtstrukturen auf der Erde zu verbinden, mit ihnen zu kommunizieren oder auch einfach mit anderen zu kommunizieren. And other things of course, a lot of the crystalline energies and the light body will increase in power. So it's a continuous process. Und auch die kristallinen Zentren im Lichtkörper werden in ihrer Kraft zunehmen. Das heißt, es ist wirklich ein fortgesetzter Prozess. And lately I've begun to work with what my guides call light bodies from beyond divinity. In letzter Zeit habe ich jetzt auch angefangen mit neuen Lichtkörpern zu arbeiten, die meine geistigen Führer Lichtkörper von jenseits der Göttlichkeit nennen. Which goes back to a time, long, long, long time ago in creation, before we had the source and so on. Und da geht man also sehr weit zurück in der Zeit sozusagen, in der Schöpfung, zu Zeiträumen noch bevor es eine Quelle gab. Und da baut man zum Beispiel das ursprüngliche Licht ein, das also das Leben und die Lebensprozesse überhaupt begonnen hat. But generally for everyone, as there is more light and energy coming to the earth, the light bodies will develop faster and faster. Sorry for getting a bit nerdy about this topic. Naja, entschuldige, einfach um es auch noch einmal zusammenzufassen. Ich bin da leider sehr leicht, ich vertiefe mich da sehr leicht in diese Dinge und bleibe dann da drin hängen. Aber ganz im Allgemeinen ist es natürlich so, dass auch die Entwicklung des Lichtkörpers für alle sich beschleunigen wird. Ja, wo du gerade beschleunigen das Wort schon gegeben hast hier in die Runde, die Wahrnehmung der Zeit, also für eigentlich alle Menschen, mit denen ich so Kontakt habe, die sagen, man, das geht alles viel schneller, wir sind jetzt schon wieder im März, das Jahr hat ja gerade erst begonnen, es ist wie ein Wimpernschlag. Ist das miteinander in Verbindung zu setzen, dass wir die höheren Energien, dieses kraftvolle Jahr jetzt auch haben und dass die Zeit sich dadurch noch mehr beschleunigt oder sind das unterschiedliche Prozesse? Wie nimmst du das wahr? Ich bin mir nicht sicher, ob das direkt miteinander verbunden ist. Was allerdings sicherlich damit verbunden ist, dass sich eben immer mehr Dimensionen für uns hier öffnen. Wir haben ja hier in dieser dritten Dimension Zeit. Wir messen zum Beispiel die Umlaufzeit der Erde und die Sonne. Aber das in sich existiert ja nicht überall. Selbst innerhalb der Galaxie ist Zeit und das Zeiterleben nicht überall dasselbe. Wir erfahren in unserem Sonnensystem Zeit auf eine bestimmte Weise. Aber wenn jetzt immer mehr Dimensionen sich öffnen, wo es zum Beispiel keine Zeit gibt, wird für uns natürlich die Zeit oder verliert an Bedeutung und dadurch scheint sie sich auch schneller zu bewegen. Und ich denke, es ist auch eine Art Anpassung. Wir leben ja jetzt in einem galaktischen Zeitalter, wo sehr viel galaktische Kommunikation stattfindet. Und dann werden wir auch ganz direkt mit galaktischen Wesen unterschiedlichster Art kommunizieren. Und die werden dann sicher nicht auf die Uhr schauen, um zu sehen, wie spät ist es gerade auf der Erde. Sondern dann treffen wir uns eben in einer Dimension, wo wir dann gleichzeitig existieren können. Also ich denke, je mehr diese Dimensionen sich öffnen, desto mehr wird sich auch unser Erleben verändern. Meinst du, dass, wenn sich das weiterentwickelt, also wirklich so dramatisch zunimmt, am Ende es so vielleicht sogar verschwimmt, dass das Hier und Jetzt, weil auch Zeit ist ja eine Illusion, dass es wirklich uns dahin führt, dass wir komplett zeitlos sind im Hier und Jetzt und damit auch gerade diese Kommunikation viel einfacher wird für uns, weil alles im Hier und Jetzt ist, in unserem Bewusstsein immer greifbarer? Ja, ich bin davon überzeugt, dass wir immer mehr im immerwährenden Augenblick leben werden. Also auch das wird sich weiterentwickeln. Und jetzt sind wir natürlich hier jeder individuell an seinem Punkt der Entwicklung, sage ich mal. Alle, die jetzt hier zuschauen, da kann man mal von ausgehen, die haben schon mal von diesen Themen was gehört. Aber was ist mit all den Menschen, die sich mit solchen Themen gar nicht beschäftigen? Sind die in dieser Wahrnehmung völlig raus, weil es für sie gar nicht existent ist? Oder werden sie von diesen Energien auch erfasst? Und wenn ja, in welcher Form tut sich für diese Menschen was? Es kann sehr viele Leute geben, die im Augenblick tatsächlich all diesen Vorgängen noch völlig unbewusst sind. Aber dieser Aufstiegsprozess, wie man auch immer den sonst noch nennen möchte, ist ja ein kollektiver Prozess. Also selbst wenn wir da anderen voranschreiten und da an unseren Energien arbeiten, an unseren Licht arbeiten, sobald wir diesen Punkt erreicht haben, wo dann das Licht für alle sichtbar wird, werden alle Leute sich augenblicklich ändern. Ja, so wenn du plötzlich all das Licht siehst, aus dem du bestehst und auch noch merkst, dass du über dieses Licht mit allen anderen verbunden bist, das verändert dich. Wir haben ja alle natürlich unseren eigenen Zweck und der mag sich unterscheiden. Aber wir werden uns ja auch kollektiv verändern und dann eine neue Lebensart haben. Also diese Energien wirken ja eben auf die Menschen, egal wie weit jeder in seinem Bewusstsein ist. Das ist eine frohe Botschaft, das finde ich gut und nichts anderes würde ja auch Sinn machen, finde ich. Wie ist es aus deiner Sicht mit Mutter Erde? Wie sind dort die Energien, wie wirken sie hier auf diese Seele von Mutter Erde? Also innerhalb der Erde kann man sehr viele Verläufe finden. Es gibt hier sehr viele neue Engel, die gekommen sind, um der Erde ein völlig neues Energiegitter zu erschaffen. Und dann gibt es Wesen der inneren Erde, die eben daran arbeiten, das Erdgitternetz der inneren Erde zu perfektionieren. Es gibt zum Beispiel einige, nennen wir sie mal galaktische Gäste, die hier sind, um an diesem inneren Erdgitternetz zu arbeiten. Also dort geschieht sehr viel. Also sowohl die Energien um die Erde herum, als auch die Energien in der Erde werden immer stärker. Und das geht ja auch genau parallel zu unserer spirituellen Evolution. So wie meine geistigen Führer das sehen, sind ja wir Menschen nichts anderes als eine Verlängerung der Erde. Unsere Körper bestehen ja aus Erdenergie. So what goes on in you goes on in the earth, what goes on in the earth goes on in you. Das heißt, mit anderen Worten, was in dir abläuft, läuft in der Erde ab. Und was in der Erde abläuft, läuft auch in dir ab. Also die meisten, die hier sind, sind ja aus Erdenergie gemacht. Und dann sind wir eben auch Seelen in diesem physischen Körper. Was natürlich auch klar ist, ist, dass die Erde selber ein sehr bewusstes Wesen ist. Und auch sie ist mit vielen anderen Planeten verbunden. Und man könnte sagen, dass sie über diese Verbindungen ja beinahe wie ein soziales Leben aufricht erhält, eben auch mit anderen planetaren Wesen. Ja, also hier ist Symbiose, also ein gemeinsames Entwickeln letztendlich auch, was wir sehen. Und nun hast du von Energiegittern gesprochen, die umgebaut werden. Wird sich das dann auch physisch zeigen? Also man hört ja immer wieder auch natürlich von Situationen wie Vulkanausbrüchen, Erdverschiebungen. Wir haben in den letzten Jahren vermehrt Erdbeben gehabt. Ist da aus deiner Sicht eben auch so ein Umbau, vielleicht auch eine Reinigung, die sich dadurch einstellen wird? Ja, also da kann man natürlich jetzt sehr viele Dinge dazu sagen. Ich werde mich jetzt einmal auf die Sichtweise meiner Guides beschränken, auch wenn die immer nicht genau dem zustimmen, so wie wir Dinge sehen. Als ich zum Beispiel begonnen habe, den Lichtkörper zu channellen. Und die Leute haben über all diese Gefahren für die Erde gesprochen. Und meine Guides meinten damals einfach, naja, also die größte Gefahr sind eigentlich die Lichtarbeiter. Sowohl das die größte Gefahr, aber was ich dem natürlich auch gleichzeitig hinzufügen darf, ist das größte Potenzial. Was sie eben damals nicht verstehen konnten ist, wir arbeiten mit Energien, wir treffen uns in Gruppen, wir meditieren und bauen wunderschöne Energien auf. Und dann geht man wieder nach Hause und dann fängt man an, sich über dieses und das andere zu beschweren. Und dann schaut man sich Filme mit etwas ausgeprägtem Gewaltpotenzial an und dann steckt man all diese wunderschönen Energien in genau die Sachen, die man nicht wirklich sehen möchte. Oftmals agieren wir also entgegen unserer eigentlichen Ziele. Indem wir Licht und Energie genau zu dem Gegenteiligen senden von dem, was wir eigentlich erschaffen wollen. Und meine geistigen Führer meinen eben, dass das die Energien und die Erde selbst beeinflussen. Aber dann ist es ja wiederum so, dass wir eben Menschen sind und Menschen sind auch gesteuert von dem, was sie gewöhnt sind. Und manchmal ist es nicht so einfach, diese Gewohnheiten zu verändern. Aber es ist auch immer gut, so drüber zu denken, je mehr ich an Mitenergien arbeite, desto stärker werde ich und desto mehr steigt auch mein Potenzial, die Welt zu verändern. Also benutze auch dementsprechend für Dinge, die du sehen möchtest, anstatt für Dinge, die du nicht sehen möchtest. Ein sehr wichtiger Punkt ist hier, den würde ich gerne nochmal vertiefen an der Stelle, weil gerade dieser Fokus mir so wichtig ist, gerade in diesem Jahr in der Verbindung mit diesen Energien. Also ich würde sagen, es war niemals wichtiger als jetzt, genau dieses Werkzeug, das wir haben, nämlich die Lichtarbeit und all das, was wir wissen, richtig einzusetzen und uns nicht mit einem Schraubendreher selber im Bauch zu pieken. Also du weißt, was ich meine. Wenn jetzt der Fokus bei uns eben unscharf wird und wir die Energie so verteilen mit einer Gießkanne, wie du es gerade gesagt hast, auch in Dinge, die wir nicht wollen, dann wird ja durch diese erhöhte Energie die Gefahr viel größer. Also wir sind gefordert, gerade jetzt, mehr denn je, oder? Also das ist genau so. Wir sind da eben herausgefordert, genau das zu erschaffen, was wir möchten und unseren Fokus darauf zu halten, weil wir immer das erschaffen, worauf wir uns fokussieren. Das ist die eine Seite und gleichzeitig ist ja niemand von uns so perfekt, dass einem das nicht ab und zu auch passiert, dass wir gerade auf Dinge fokussieren, die wir nicht möchten. Also wenn du das dann im Nachhinein bemerkst, sei dann nett gegenüber dir selbst, anstatt dich dann da selber zu kasteilen, ach shit, wie konnte ich nur und wieso habe ich da nur und so weiter, weil das würde ja dann wiederum einen Machtkampf in dir selber erschaffen. Rather just say whoops and then continue to focus on what you want. Und dann sagst du an das Erstellen hoppla und machst wieder damit weiter, auf das zu fokussieren, was du möchtest. Ja, sehr wichtig, ganz, ganz wichtiger Hinweis. Und jetzt ist diese Energie, die ja immer kraftvoller wird und das, was ich auch merke, ist gerade dieses Erschaffen geht schneller. Also ich denke jetzt an Dinge, fokussiere jetzt meine Energie und pop, es ist da. Größere Dinge, schneller als je zuvor. In der Vergangenheit hatte ich so wahrgenommen, dass ja das Delay zwischen ich stelle mir meine Wirklichkeit vor, meine Vorstellung wird zu meiner Wirklichkeit eben größer ist, auch als Sicherheit. Schwindet jetzt die Sicherheit und wir müssen sozusagen jetzt ohne dieses Sicherheitsnetz kreieren? Es ist tatsächlich so, dass auch dieses Sicherheitssystem schrumpft und da ist es immer gut, sich direkt zu fragen, ist das, was ich hier schaffe, etwas, was ich in meinem Leben möchte. Weil du wirst es bekommen. Und da eben, wie wir schon erwähnt haben, sich auch die Zeiterfahrung verändert, merke ich, dass ich jetzt oft schon Dinge bekomme, bevor ich überhaupt an sie gedacht habe. Und dann sind die einfach schon da, was natürlich auch wunderschön ist. Im Rahmen dieser ganzen Veränderungen und auch dieser Energien, welche Bedeutung oder welche Zukunft haben Lügen? Also in der Vergangenheit wurde viel über Lügen konstruiert und regiert, unterdrückt und, und, und. Ich habe den Eindruck, dass sich das maßgeblich auch verändern wird. Wie nimmst du das wahr? Ich denke, wenn du spirituell entwickelst, wirst du deine innere Wahrheit über Dinge. Ich denke, wenn du damit beginnst, dich spirituell zu entwickeln, weißt du auch deine Wahrheit bezüglich von dir. Und spirituelles Wachstum handelt dir immer davon, auch deine eigene innere Kraft zu finden. Und die Wirklichkeit sieht so aus, dass wir immer die Freiheit haben, unser Leben und unsere Gesellschaft so zu erschaffen, wie wir das möchten. Und die Leute werden sich immer mehr gewahr, was sie denn tatsächlich möchten. Wir alle haben dieses innere Wissen, ob etwas für uns richtig ist oder eben nicht. Das heißt, je mehr Leute sich entwickeln, desto weniger ist es möglich, belogen zu werden. Weil du weißt, ob es für dich richtig ist oder nicht. Aber ich denke, es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir als Lichtarbeiterinnen hier nicht sind, um jetzt andere Leute zu kritisieren, wie sie die Dinge machen oder auch nicht, sondern eben das Beispiel zu leben und dem Ganzen eine Alternative anzubieten. Und ganz besonders jetzt während dieses Jahres der Kraft. Sich dann eben nicht in diesen Ideen zu verwangen, dass wir andere korrigieren müssen, sondern schlicht unsere eigene Wahrheit leben. Denn wenn wir das tatsächlich so machen würden und andere korrigieren, machen wir nichts anderes als das, was sie auch machen und wollen nicht einfach Kontrolle ausüben. Und eine großartige Lehre meiner geistigen Führer, die für mich auch immer sehr zentral war und ist, lautet eben, das, was du in der Welt siehst, ist in dir. Oder auch, was du in anderen siehst, ist in dir. Und in dir kannst du das auch ändern. Nicht irgendwo da draußen oder unter anderen Leuten, sondern in dir. Und wenn du das so machst, dann beeinflusst du auch das Kollektiv. Ja, das ist auch sehr wichtig, denn wir müssen nicht warten auf irgendwas im Äußeren, sondern jeder kann bei sich anfangen und das im Hier und Jetzt. Das mit der Unterstützung der kraftvollen Energie in diesem Jahr. Wenn ich da so reinfühle, ist das auch so ein bisschen wie Schwung holen. So, jetzt geht es richtig los. Empfindest du das auch so, dass dieses Jahr, in dem wir ja schon mittendrin sind, jetzt so ein Schwung holen ist? Und wenn ich sage mal Schwung holen, dass es danach eben leichter vielleicht geht, weil man schon den Schwung hat von diesem Jahr? Ich glaube, dann wird es neue Herausforderungen geben. Alles wird besser. Es findet eine fortlaufende Evolution statt. Und wenn man sich die Welt im Allgemeinen ansieht, würde ich das so sehen, dass die Energien nach 2025 sehr viel einfacher oder leichter werden. Und in der weiteren Fortsetzung wird es dann wieder einfacher. Aber ich denke, gerade das Jahr 2024 und 2025 wird uns die Gelegenheit geben, wirklich zu zeigen, was wir als Meister draufhaben. Also herausfordernd, aber auch unterstützend. Ja, and enlightening. Und erleuchtend. Also, ja, genau. Und da bringt natürlich die Energie letztendlich auch so eine Unterstützung mit. Also nicht nur, jetzt geht's los, sondern nimmst du es auch wahr, dass gerade Heilung und Vergebung, Lösung von Themen in diesem Energiemilieu, will ich mal sagen, in diesen Energien noch leichter jetzt gelingen kann? Ja, ich denke, es wird für sehr viele sehr viel leichter oder natürlicher sein, zum Beispiel auch vergebend zu handeln. Ich denke, all diese Dinge, die wir auf unserem spirituellen Weg uns angeeignet haben, sind ja wie Werkzeuge für uns. Und ich denke, dass wir da oft gar nicht mehr drüber nachdenken werden müssen, sondern dass sie sich für uns ganz zu einem natürlichen Handeln und Wirken werden. Ja. Ja, das ist auch eine frohe Botschaft, wie ich finde, denn in der Vergangenheit haben viele Prozesse sehr viel Zeit auch gebraucht. Und das ist eine Beschleunigung, das ist eine Unterstützung für jeden, der jetzt eben genau noch an diese Baustellen, will ich mal sagen, eben dran muss. Cecilia, wenn wir jetzt schauen, wir haben gerade schon über 2025 auch kurz gesprochen. Du bist in Kontakt mit den Aktorianern. Sind aus deiner Sicht dort auch Veränderungen, die danach kommen, die uns diese intergalaktischen Kommunikationen nicht nur erleichtern, sondern dass da auch andere Begegnungen möglich sind? Aus deiner Sicht gibt es da Informationen, die du hast. Oh, if we are going to meet galactic beings, extraterrestrials, etc. Absolutely. Ob man jetzt da galaktische Wesen, außerirdische trifft? Ja, definitiv. Also früher, wenn man angefangen hat zu channeln, dann musste man sich in die Ruhe bewegen, dann musste man sich nach innen verbinden und zuhören, und das dauert eine Weile. Und mittlerweile ist aber diese Präsenz derartig stark, dass das einfach direkt schon da ist. Aber da eben auch mehr und mehr Dimensionen sich öffnen, wird es uns auch definitiv leichter fallen, mehr und mehr diese Wesen zu sehen. Und diese galaktische Kommunikation wird in vielen Fällen, in Wissenschaft, etc. Und diese galaktische Kommunikation wird sich ja auf vielen Ebenen ausdrücken, zum Beispiel auch innerhalb der Wissenschaft. Und natürlich gibt es von deren Seite sehr viel Unterstützung, weil wir einfach von fortgeschritteneren Konturen aus der Galaxie enorm viel lernen können. Es gibt ja enorm viele Orte, die sehr viel weiterentwickelt sind als die Erde. Und die unterstützen wir uns da auch liebend gerne. Der Grund, warum sie manchmal noch nicht so sichtbar sind, ist, weil es die Leute noch nicht hantieren können. Die Arcturianer meinten zum Beispiel, dass sie schon in den 60er Jahren sich zum Beispiel an gewisse Leute, auch in den Regierungen, gewandt haben. Aber die Leute waren einfach nicht bereit, weil sie wollten dann dieses Spezialwissen für ihr eigenes Land sichern, um das dann eventuell vorteilhaft gegenüber anderen Ländern einzusetzen. Und darum haben sie aufgehört, das zu tun und haben sich stattdessen an Channels, also an Kanäle gewandt. Es gibt sehr viel, was sie uns anbieten können. Aber da sich ja auch die spirituelle Weiterentwicklung derart, also dass sie vorangeschritten ist, bin ich mir auch sicher, dass sie in vielerlei weiteren Feldern sozusagen wieder neue Kontakte aufnehmen. Ja, also große Veränderungen. Und wir sind mittendrin. Es ist wirklich so, dass wir nicht nur zuschauen, sondern wir sind gefordert, wir sind aufgefordert, aktiv zu sein, denn die Schöpfung ist unsere Schöpfung individuell von jedem Einzelnen. Und es ist sehr mutmachend, das von dir zu hören. Ich kann das nur bestätigen. Ich fühle das und freue mich, dass da genau diese Zeit jetzt gemeinsam von uns allen hier kreiert werden kann. Wundervoll. Danke. Cecilia, wir haben jetzt in dieses Jahr, die Energie des Jahres reingeschaut. Ja, dein persönliches Wahrnehmen so nochmal vielleicht in dieses Jahr rein. Welche Qualitäten, worauf freust du dich vielleicht nochmal besonders, was es dir jetzt ermöglicht, was vielleicht vor zehn Jahren eben noch nicht möglich war? Okay, so what I see these days is that, first of all, what I already mentioned, that things come to me before I know I need them or want them. Also zum einen ist es, und das habe ich ja schon bereits erwähnt, dass Dinge zu mir kommen, bevor ich weiß, dass ich sie möchte oder brauche. And I think that is very helpful, especially since there has been so much transformation in my private life, everything has changed. Und ich denke, das ist enorm unterstützend, auch gerade, weil sich sehr viel in meinem Privatleben verändert hat. Und ich denke, auch in den Kursen, die ich halte, ist es für die Teilnehmer überdeutlich, wie enorm kraftvoll sie die Energien spüren, dass das also über die Vorstellungskraft hinausgeht, wie deutlich das mittlerweile ist. Yeah, and so I just look forward to it becoming stronger and stronger and more visible. Also ich freue mich wirklich schon darauf, dass das immer stärker wird und auch sichtbar. Sehr schön, ja, wundervoll. Cecilia, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses wundervolle Gespräch und wünsche dir für dieses Jahr auch alles, alles Gute und viel Kraft und viel Enthusiasmus, Energie, die du immer auch in deine Arbeit reinlegst. Vielen Dank für dein Sein. Thank you for having me. It was a pleasure. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Es ist mir eine wirkliche Freude. Danke. Alexander, auch herzlichen Dank an dich wieder für die wundervolle Übersetzung. Schön, dass wir auch dich wieder dabei haben durften. Vielen Dank. Ja, sehr gern geschehen. Ja, ich bedanke mich natürlich auch bei dir ganz recht herzlich, dass du diesem Video gefolgt bist und ich glaube, die Kraft ist mehr als zu spüren. Die Energien sind präsenter denn je und wenn wir mit dieser Sendung dir einen Impuls geben konnten, sie für dich zu nutzen und positiv fokussiert auf das zu lenken, was du dir wünschst, wie du die Welt für dich kreieren möchtest, dann freut es uns natürlich von ganzem Herzen. Und wenn du diese Freude weitergeben willst, dann teile diesen Beitrag, like auch das Video, schau auch auf die Website von Cecilia Sofontes. Alles findest du hier unter diesem Video und wir freuen uns dann natürlich auch das nächste Mal, wenn wir uns hier wieder sehen. Alles Gute bis dahin. Ade. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020